Der Sport in der Region wird tatkräftig unterstützt von Autohaus Pirna. Ihr starker Partner der Marken Audi und VW. Bereits zum neunten Mal richtete der erste Radverein Pirna in diesem Jahr das Radrennen Struckener Dreieck aus. Die Aktiven von jung bis alt nahmen eine 4,8 Kilometer lange anspruchsvolle Runde mit 104 Höhenmetern auf sich und absolvierten den bergigen Kurs zwischen Struppen, Naundorf und Türmsdorf je nach Altersklasse 2 bis 10 Mal. Die äußeren Bedingungen für das Rennen waren nahezu optimal und so war es kein Wunder, dass noch viele Hobbyfahrer kurz entschlossen an den Kirchberg gekommen waren. Sie sorgten für eine Rekordbeteiligung bei diesem Rennen. Es sind auf alle Fälle schöne große Starterfelder gewesen. Wunderbares Wetter, wunderbare Bedingungen, tolle Zuschauer, also wir sind sehr zufrieden. Unter den Startern auch Lokalmatador und Rennlegende Imo Rittmeier. Der Pirna hat ein äußerst bewegtes Radlerleben hinter sich. Er gehörte in den 60er Jahren zur absoluten Elite der DDR-Straßenfahrer und glänzte besonders bei Etappenrennen. Einmal nahm er sogar an olympischen Spielen teil. 1964 ging Imo Rittmeier in Tokio an den Start. Doch sein erster und letzter Olympia-Auftritt nahm ein schnelles und jähes Ende. Olympia, das ist nach fünf Kilometern war der Schöndertan vorbei. Da war ein Unfall mit Eddie Merckx und Manchester und da habe ich mir das Vorderrad verbeult und konnte dann bloß bis zum Zielstrich dort tauschen und dann wieder ranfahren. Gewürdigt als Meister des Sports und Teilnehmer an unzähligen Welt- und Europameisterschaften ist er mit 77 Jahren immer noch richtig fit für dieses Rennen in Struppen. Vorbereitet habe ich mich nie, aber ich bin in der Woche so dreimal so 70 Kilometer gefahren. So, die Sense raus, Batschanda von Pirna, Batschanda, die Sense hoch und dann drüben über Ehrenberg, Grünersdorf, die Bockmühle, den schönen Berg, Häsle, Stolpen und dann der Röhresdorf. Es ist beeindruckend, was der rüstige Rentner noch zu leisten imstande ist. Die Radsportlegende nimmt alle Schwierigkeiten auf dieser Strecke mit Bravour. Der Struppener Kirchberg, gefürchtet bei den Radsportlern wegen seiner 12-prozentigen Steigung, stellt für ihn kein Problem dar. Auch der Zustand der Strecke zwischen dem Staat, Nauendorf und Türmsdorf ist für ihn, aber auch für andere kein Grund zur Beschwerde. Ich bin jetzt selber gefahren, also es war jetzt nicht so schlimm. Die Schlaglöcher waren ganz gut gekennzeichnet. Es gibt Rennen mit schlechteren Straßenbedingungen. Wir haben nun mal hier die Strecke und wenn kein Geld da ist, wissen wir alle, dieses Jahr Hochwasser und große Schäden und und und, es reicht nicht für alles. Und ich würde aber sagen, die Strecke war beherrschbar, befahrbar und ich glaube auch nicht, dass es Beschwerden gibt. Eine Rennzeit hat sich Immo Rittmeier vorher nicht vorgenommen. Doch bei dem Tempo, dass der Radsportler, der bereits im Alter von 29 Jahren aus gesundheitlichen Gründen seine Karriere vorzeitlich abbrechen musste, hatte keine Zeit für die Schönheit der Sächsischen Schweiz. Nach etwas über einer Stunde kam Immo Rittmeier nach sechs Runden ins Ziel auf dem Struppener Kirchberg. Ich darf zufrieden sein, denn ich bin durchgefahren. Das ist wichtig. Und hier der Berg sechsmal drüber weg, das ist schon anstrengend. Und als Älterer ist man nicht mehr so beweglich. Da kann man keine kleinen Gänge groß fahren. Den Titel bei den ambitionierten Fahrern, die zehn Runden bewältigen mussten, sicherte sich eigentlich Matthias Hirsch. Doch da er eine Lizenz besitzt und dies unter Hobbyradlern verboten ist, wurde dem Tschechen Jan Novota der Sieg beim 9. Struppener Dreieck zuerkannt. Einen Titel hatten aber eigentlich alle an diesem Tag verdient, die mehrmals den Kirchberg und sich selber überwunden haben.